Der Wodka Der Wodka ist alle Schreibt man Wodka nicht mit V? Oder bin ich einfach nur zu blöd? War die Küche nicht im selben Raum? Ist irgendein Problem? Ich mag Ich mag, ne Ich mag den eigentlich Hör zu, hast du Hast du irgendein Problem mit mir? Ich? Warum? Warum fragst du mich das? Kommt mir ebenso vor Aber du weißt ja Du bist wie mein kleiner Bruder Dumm und nervig Aber ein Bruder Geh reicht Verflucht Mir kommen die Tränen Nein Oh, nee Scheiße Kaputt Zum Glück war sie leer Wo ist Eskel? Müsste längst wieder da sein Wir müssen ihn suchen Bis auf den Hexer Das ist eine Aufgabe? Für Wesemir Nicht schon wieder Zieh die Mitte aus Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er In Bedrängnis Ich wette es Los Männer Auf zur Rettung Oh, nee Fuck Wir können nicht mal speichern Doch jetzt Okay Extra Sinne Gucken wir uns das mal an Eskel Eskel, du Säufer Komm da raus Er hat etwas Wein vergossen Und ist mitten durch die Pfütze gekrochen Musstest du dich jetzt hinknien Um das zu sehen? Als ich mich vorgebeugt Dann hätte ich mich übergeben Hey Sie haben mal Ein paar Frisch Spuren Eskel 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 Wie ist denn der gelaufen? Du bist Eskel Klopf, klopf Oh, hier haben wir noch eine Kiste Oh, können wir gleich was reparieren Ich glaube, der ist den falschen Weg gelaufen Eskel 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 Das ist doch mal eine coole Quest Mit Hilfe meiner Heckle Gehen wir mal hier lang Eskel Klopf, klopf Ist er jetzt ernsthaft noch draußen gegangen? Hast du das gehört? Das klang wie Das japsen Eines verwundeten Wüverns Verdammt Wir haben den Kampf verpasst Wo ist denn der hin? Oh Eskel ist in der Nähe Da liegt er Eskel, du Säufer Komm da raus Er wurde von der Ziege besiegt Nein Da ist er ja 500 EP sogar bekommen Da ist er Mit seinem getreuen Meckerfritzen Hallo Eskel Keine Frau Keine hier außer Jan Und die wollen wir lieber nicht aufwecken Glaub mir Was ist mit dieser Zauberin Mit der ihr gesprochen habt Wir machen das Megascope an Laden sie freundlich ein Sie teleportiert sich her Bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit Wie klingt das? Du bist ein Genie Na klar Oh ich weiß gerade nicht Ob das so eine gute Idee war Richtung Yen jetzt eigentlich Oh oh Dieser Gerhard Also Du drehst ein wenig hier Ein wenig da Und dann sagst du was auf elfisch Keine Da haben wir gleich den Overlord der Unterwelt dran Warte Wenn diese Ida uns sieht Erschreckt sie sich Ich meine Wir sehen nicht wie Zauberinnen aus Ich weiß Yennefers Kleider Wir ziehen sie ein Ihre Taschen sind da Was mit dir los? Stehst du drauf Dich zu verkleiden? Klappe Klugscheißer Sonst schnür ich dein Korsett so zu Dass du dir in die Hosen scheißt Die Gefähre Auch nicht Wir quetschen uns in die Kleider Hör auf zu jammern Eskel Wir nehmen uns den Flüffer Fütter Flitterkram Wir reden mit niemandem drüber Klar? Es bleibt unter uns Ach du schnürst Scheiße Es wird ja mal besser Was für ein Krempel Man könnte meinen Ich zieh dir ein Dann ziehen wir es mal an Wo ist es denn? Ähm Wo ist es denn? Da kann ich es jetzt nicht finden Der hat die Schwerde auch abgelegt Warum auch immer Ach da Ja Ja Perfekt Was? Fast wie angegossen Sicher Muss nur in der Taille etwas ausgelassen werden Ruhe jetzt Zieh dich an Das nicht Passt nicht zu deinem Tarn Oh mein Gott Scheiße Du hast eine Figur wie eine Sanduhr Und du bist ein Arschloch Es kommt schon Es ist unbequem Oh Mann Also überlasst mir das reden Ihr zwei kümmert euch um die Kristalle Ach du Scheiße Was ist da? Wer ist das? Oh Entschuldigung Wir waren niemals da Machen Mehr Papier Exzellenz? Nein du Idiot Die Loge Die Loge will mich holen Ich hoffe ihr habt eine Erklärung dafür Eine sehr gute Geht jetzt ins Bett Sofort Oh Schade Jetzt ist Spaß vorbei Manu Schade Schade Verdammt Was für ein Traum Die sind schon am Berg in Und der Geralt pennt immer noch Das war doch mal eine coole Quest Also sowas finde ich cool Schön blöd und witzig Schade